Heyo Leute, nach dem diesjährigen Xbox Showcase wissen wir, ich sag jetzt mal leider, definitiv, dass kein Forza Horizon 6 dieses Jahr erscheinen wird. Und das bedeutet auch zeitgleich, dass wir die längste Wartezeit auf einen Horizon-Nachfolger haben, ja, seit es eben Forza Horizon gibt. Von vier auf fünf waren es ja drei Jahre, das war ja schon die längste Zeit, davor eben am Zweijahresrhythmus. Ja, und dieses Mal werden wir auf Horizon 6 definitiv länger als drei Jahre warten müssen. Und eben in diesem Video möchte ich zu einem Teil ja ein wenig darüber diskutieren bzw. auch spekulieren und auch im Großen und Ganzen klar meine eigene Meinung damit einbringen, was hat das denn jetzt zu bedeuten für Forza Horizon, insbesondere für den sechsten Teil. Und da lade ich dich auch gleich zu Beginn dazu ein, auch deine Eindrücke, dein Empfinden, deine Meinung dazu natürlich zu äußern. Aber ich möchte auch insbesondere bezogen auf diesen Kanal dann im zweiten Teil dieses Videos darauf eingehen, was bedeutet das jetzt für uns, für den Content. Wie möchte ich vor allem mit Forza Horizon 5 dann weiter verfahren? Möchte ich es fallen lassen und Däumchen drehen und dann einfach länger warten auf einen Horizon 6? Oder was ist denn der Plan? Und deswegen würde ich mich halt natürlich auch freuen, wenn du dann bis zum Ende mit dabei bist, gerade wenn du auch Zuschauer dieses Kanals bist oder vielleicht jetzt auch durch dieses Video zufällig dann auch wirst. Denn, das kann ich schon mal vorwegnehmen, nein, ich werde Forza Horizon nicht fallen lassen, nur weil jetzt nicht dieses Jahr ein sechster Teil kommt. Dieses Video war auch ausdrücklich Wunsch aus dieser Community, dass ich da so ein bisschen auch, ja, meine Meinung dazu ein bisschen einstreue. Und deswegen beginnen wir einfach auch mal, was hat das jetzt zu bedeuten? Und kann jetzt nicht sein, dass vielleicht noch auf der Gamescom ein Horizon 6 für dieses Jahr angekündigt wird? Also, natürlich ist immer alles möglich in unserer Welt, aber wenn man so die ganze Historie betrachtet, wie diese Forza-Spiele immer präsentiert wurden, insbesondere auch die Horizon-Ableger, dann ist eigentlich klar, dass damals zur E3 jetzt bei diesen Showcases im Sommer dann eben diese Spiele angekündigt werden und dann eigentlich auch noch gegen Ende des Jahres erscheinen. Forza Motorsport ist jetzt ein bisschen die Ausnahme, da wurde im Vorfeld ja immer schon angeteast, dass da was kommt, aber auch nicht mal das ist ja passiert. Also, wir haben gar nichts zur Forza in diesem Showcase gehört. Und dementsprechend kann man, glaube ich, einfach zu 99,9 Prozent davon ausgehen, wir werden eben Horizon 6 dieses Jahr nicht sehen. Jetzt ist es natürlich, wie geht es weiter? Bedeutet das, dass wir nochmal ein ganzes Jahr warten müssen? Oder gibt es auch vielleicht die Hoffnung, dass es ein Spring-Release wird, wie das hier so gerne im Amerikanischen genannt wird? Also, dass quasi im ersten Halbjahr im kommenden Jahr 2025 dann vielleicht in Horizon kommt? Ist möglich. Definitiv möchte ich nicht verneinen, aber auch das halte ich für unwahrscheinlich. Ich gehe jetzt wirklich davon aus, dass wir, ja, tatsächlich mindestens nochmal ein Jahr warten müssen, also auf den Showcase 2025 warten und der Release dann wirklich auch eher Richtung September, Oktober, vielleicht sogar November 2025 gehen könnte. Und ja, was bedeutet das jetzt? Also einerseits natürlich, ich glaube, das habe ich so ein bisschen im Stimmungsbarometer gehört. Ich habe auch nochmal vor dem Showcase eine kleine Umfrage auf X gemacht und da haben auch viele gesagt, ja, 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 sie rechnen fest damit, dass ein Horizon kommt und jetzt ist es wohl nicht so. Und ich glaube einfach, daraus geht so ein bisschen hervor. Auch das, was in mir so ein bisschen drin war und auch in den letzten Wochen so ein bisschen in mir, ja, so ein bisschen gereift ist. Ich hätte schon echt extrem Bock auf den nächsten Teil. Horizon 5 hatte für mich persönlich nicht den geilsten Start und irgendwie hat es sich so über diese drei Jahre mitgezogen. Auch wenn, muss man ehrlich sagen, gerade im letzten Jahr extrem geile Updates kommen für Horizon 5. Aber ich glaube, diese, ja, verpasste Anfangszeit, nenne ich es jetzt einfach mal, die ist einfach immer noch irgendwo da. Und genau da komme ich jetzt eigentlich zu dem Punkt, wo ich halt sage, ich glaube, das tut dann vielleicht in der Zukunft diesem nächsten Teil sehr, sehr gut. Also ich erinnere mich zurück, als Horizon 5 erschien ist, habe ich gesagt, ganz ehrlich, die hätten sich nochmal ein Jahr Zeit lassen sollen. Ich hätte auch damals kein Problem damit gehabt, ein Jahr länger Horizon 4 zu spielen. Jetzt nochmal ein Jahr länger Horizon 5 zu spielen, das tut schon ein bisschen, muss ich sagen, mehr weh, weil ich jetzt, glaube ich, ein größeres Verlangen auf den nächsten Teil hätte. Aber dazu, wie gesagt, später mehr, wie wir dann weiterverfahren werden. Also, wie gesagt, also in Horizon 6 wird wahrscheinlich jetzt nochmal ein Jahr länger gehen. Ich persönlich muss sagen, wie gesagt, einfach mit dem Hintergedanken, wie es in Horizon 5 war, ich glaube, das könnte der Serie und dann schlussendlich auch dem Spiel selber, also Horizon 6, sehr, sehr gut tun, wenn da einfach nochmal ein Jahr mehr Entwicklungszeit reinfließt. Ich habe auch schon Stimmen gehört, ja, aber man hat ja gesehen, dass eben diese drei Jahre für Horizon 5 ja auch nichts gebracht haben im Vergleich zu zwei Jahren bei den Teilen davor. Oder man hat ja auch gesehen, diese sechs Jahre Entwicklung für Motorsport hat ja auch nichts gebracht. Ich würde das komplett trennen voneinander. Man darf auch nicht vergessen, was alles passiert ist jetzt in der Zeit. Bei Horizon 5 ist quasi in dem ersten Jahr oder nach dem ersten Jahr ist ja der Creative Director Mike Brown weggeflogen. Man weiß nicht, was für Auswirkungen das hatte für das Studio. Also in Betracht der Updates wohl gute Sachen, aber ich denke mal, da kann es schon krasse Umstrukturierung gegeben sein, zumal ja auch Mike Brown auch Leute mit sich genommen hat. Da mussten neue Leute her, da mussten neue Strukturen geschaffen werden, vielleicht auch neue Ideen. Man weiß ja aktuell, und das muss ich auch nochmal betonen, man weiß ja aktuell gar nichts über einen Horizon 6. Man weiß eigentlich nicht mal, ob es entwickelt wird, aber wir können fest davon ausgehen, weil das ist die größte Rennspiel-IP von Microsoft ist, ja. Und ich glaube, Forza Horizon ist auch eines der meistgespielsten Rennspieler auf Steam immer noch. Ich glaube, selbst Horizon 4 ist immer noch eines der meistgespielsten Rennspieler auf Steam. Und dabei ist Horizon 4 ja nicht mal ein Steam-Release-Hitle gewesen, ja. Nur mal so am Rande erwähnt. Und das spricht ja auch für sich. Und daher können wir da schon von ausgehen, dass das in Entwicklung ist. Und man weiß aber ja trotzdem nicht, was sind die Ideen, ja. Möchten sie einfach nur so, wie sie es bis jetzt immer gemacht haben, so kleine Entwicklungsschritte machen, wobei man sagen muss, Horizon 5 war zu Beginn eher ein Rückschritt im Vergleich zu Horizon 4. Erst jetzt sind wir technisch auf einem Stand, Kolonnen mal ausgeschlossen, wo Horizon 5 auf technischer Ebene Horizon 4 überragt. Und von dem her weiß man ja nicht, ob sie da sagen, nee, wir müssen jetzt auch mal den nächsten Schritt gehen. Wir müssen mal ganz neue Dinge mit reinbringen, wo Leute vielleicht schon lange schreien oder einfach auch sagen, hey, wir müssen einfach im Rennspiel-Genre nicht immer das Gleiche bringen, sondern mal was Neues. Das wissen wir alles nicht. Und sowas kann natürlich dann auch Zeit kosten, wie komplett neue Fahrzeugmodelle, was zum Teil schon so durch die Blume gesagt wurde, dass da was passieren soll, generell in der Forza-Reihe, ja, dass da mal die Fahrzeugmodelle mal etwas erneuert werden. Vielleicht auch mal wirklich sowas, das ist rein spekulativ, aber rein sowas mal, dass wir vielleicht auch Innenraumgeschichten anpassen können. Und wenn es nur sowas ist, wie wir in The Crew oder jetzt auch im neuen Test Drive schon gesehen haben, mit verschiedenen Farben in der Innenraumausstattung oder sowas. Aber sowas gab es ja bis jetzt noch gar nicht. Also dass da vielleicht auch mal ein bisschen was passiert, weiß man nicht. Und sowas kostet ja auch Zeit und Arbeit und wie auch immer. Und vielleicht nehmen sie sich die jetzt. Und vielleicht wollen sie es technisch auch auf einem guten Niveau bringen. Man weiß es nicht. Das ist alles spekulativ. Ich sage aber von meinem inneren Bauchgefühl, so gern ich dieses Jahr in Horizon 6 gesehen hätte. Und ich glaube, viele von euch sehen das auch so. Aber wie gesagt, ich lade dich dazu ein, in den Kommentaren einfach deine Meinung und deine Spekulation auch zu schreiben. Ich gehe halt stark oder ich, um was anderes auszudrücken, ich sehe im Großen und Ganzen das glaube ich sogar mittlerweile positiv, dass es vielleicht jetzt doch nochmal ein Jahr länger geht. Also ich gehe jetzt einfach nochmal von einem Jahr länger aus, sodass wir quasi vier Jahre auf den nächsten Teil warten. Und klar, natürlich weiß man es nicht. Vielleicht kommt es dann trotzdem in einem desolaten Zustand raus. Und dann könnte man sagen, ja, aber was wäre, wenn es dieses Jahr rausgekommen wäre? Da wäre es ja noch schlimmer. Keine Ahnung. Wir wissen nicht, was Stand der Dinge ist. Im Großen und Ganzen sage ich mal, ich glaube, der Horizon-Reihe tut es, glaube ich, auch ganz gut, wenn es mal noch ein bisschen länger geht. Und ich weiß, es gibt auch Diskussionen, aber dann kollidiert es doch mit GTA und so weiter. Das würde ich völlig rausnehmen, weil GTA wird mit so viel mehr kollidieren. Und ich glaube, wenn die jetzt nicht in derselben Woche erscheinen, dann werden die Spieler, die Horizon spielen wollen, Horizon spielen, die die GTA spielen wollen, GTA spielen. Und die, die beides spielen wollen, spielen einfach beides. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so das Hauptargument. Und am Ende muss ja das Argument sein, es muss ein geiles Spiel sein. Und dann ist es auch prinzipiell egal, wann es erscheint. Und dann ist mir lieber, es dauert nochmal ein Jahr länger und es wird ein Banger, wie dass wir so ein Forza Horizon 5 2.0 oder sogar wieder einen Rückschritt erleben, wo auf einem technisch desolaten Zustand ist. Und dafür kommt es aber dieses Jahr. Da habe ich auch nichts mitgewonnen, muss ich ehrlich sagen. So, das ist meine Meinung dazu. Ich könnte mich jetzt im Kreis drehen. Ihr könnt gerne, wie gesagt, ich sage es nochmal in den Kommentaren, da so ein bisschen euren Eindruck mitteilen. Wir können aber auch gerne in den kommenden Wochen, und dazu lade ich dich ein, ja, in den Videos, insbesondere in den Livestreams, gerne darüber diskutieren, was das weiterhin zu bedeuten hat. Aber das so grob jetzt, wie gesagt, meine Meinung. Ich sehe sogar eher das Positive daraus, dass wir am Ende vielleicht, wenn es dann soweit ist, wenn es erscheint, was richtig Geiles dann eben sehen werden. Und ich weiß, die Frage kommt garantiert auch, was glaubst du, in welcher Location Forza Horizon 6 spielen wird? Hat eigentlich nichts damit zu tun, aber weil das immer so gerne gefragt wird. Also, ich sage mal so, mir ist es prinzipiell egal. Wünschen würde ich mir aber tatsächlich, tatsächlich an erster Stelle sogar Zentraleuropa, also Frankreich, Deutschland, die Alpengrenze, weil ich glaube, da kann man geile Landschaften, Autobahn, Bergpassagen, alles so ein bisschen mit reinbringen. Man könnte die Jahreszeiten von Horizon 4 wieder sehr geil präsentieren, aber ich bin auch ein Riesenfan von den Landstrichen von Japan, und ich glaube, da sehen das auch ganz, ganz viele gleich. Also, auch Japan wäre ein geiles Setting. Skandinavien wird auch immer gerne genannt, bin ich auch völlig d'accord, also würde ich auch feiern. Deswegen, ja, könnt gerne auch mal eure Sachen schreiben, was ihr spekuliert, aber wie gesagt, es ist Spekulation. Wir wissen es nicht, lassen wir uns einfach mal irgendwo überraschen. Jetzt kommen wir aber zum zweiten Part in diesem Video, und da bin ich auch drum, ja, vor allem, wenn du diesen Content hier auf dem Kanal in den vergangenen Jahren immer sehr genossen hast, oder vielleicht auch in Zukunft genießen möchtest, auch in dem kommenden Forza Horizon 6 genießen möchtest, eben in diesem zweiten Part. Wie geht es denn jetzt weiter? Was ist denn der Plan, bis endlich ein Forza Horizon 6 kommt? Ich habe mir in den vergangenen Wochen, eigentlich sogar Monaten, Gedanken gemacht, eben habe eigentlich diesen Tag abgewartet nach dem Showcase. Okay, was ist jetzt Phase? Gehe ich nochmal quasi all in mit Horizon 5, oder lasse ich es fallen, oder wie sieht es denn da aus? Also, fangen wir vielleicht erstmal mit dem an, was, glaube ich, sehr viele doch hier auf dem Kanal begeistert, und das waren, glaube ich, in der Vergangenheit immer die Multiplayer-Folgen. Ist, glaube ich, auch was ganz Besonderes hier auf dem Kanal. Seit Horizon 2 machen wir die ja. Mit Horizon 3 wurde es ein bisschen, ich sage ich mal, professioneller, also größer. Und Horizon 4 hat das natürlich, ja, war das eigentlich die Spitze mit Horizon 5, aufgrund des Problems der Kolonne konnten wir ja nicht alle Formate so umsetzen, wie wir es gerne gemacht hätten. Jetzt ist natürlich der Punkt, dass, weil Horizon 5 nicht den besten Start hatte, weil es jetzt schon so lange draußen ist, dass natürlich die Mitspieler, und das ist in den letzten Wochen, stark zu merken, stark zurückgehen, was den Multiplayer betrifft, sodass, selbst wenn alles technisch funktionieren würde, wir einfach an den Mitspielern scheitern, ja. Trotzdem, ich habe gestern noch mit, ja, den engsten Leuten hier aus der Community gesprochen, unter anderem auch mit Andi, wie wollen wir denn jetzt weitermachen? Und es gibt tatsächlich Format-Ideen, die wir sehr, sehr gerne angehen möchten, wo wir gar nicht unbedingt so viele Mitspieler brauchen, also Formate, die auch funktionieren mit etwas weniger Spieler. Um da einfach mal so ein paar Sachen anzuteasen, also es ist auf jeden Fall der Plan, dass wir eine Art Head-to-Head zurückbringen und ein bisschen tatsächlich die Duell-Formate damit einfließen lassen, weil Duelle, das kündige ich jetzt schon mal an, werden wir definitiv nicht in Horizon 5 machen. Das hat einfach der Grund, aufgrund der Mitspieler. Wir brauchen viele, viele Mitspieler für die Duell-Formate, und wir brauchen vor allem Mitspieler, die auf einem relativ ähnlichen Niveau fahren können, und damit will ich jetzt niemanden schlechtreden oder so, aber um dieses Format gut zu präsentieren, brauchen halt Leute, die ungefähr auf einer Ebene unterwegs sind im Spiel, um einfach ein Duell sinnvoll zu gestalten. Und deswegen war halt die Entscheidung jetzt, okay, Duelle müssen wir leider wirklich auf ein zukünftiges Horizon 6 verschieben. Aber Head-to-Head soll zurückkommen in einer etwas größeren Variante. Also nicht nur immer Andi und ich, sondern vielleicht auch mal mit drei, vier oder fünf Leuten und dann aber auch so ein bisschen diese Duell-Sache so ein bisschen mit reinholen. Also ich glaube, darauf habe ich extrem Bock und gerade auch viele, viele tolle Fahrzeuge, die ja reingekommen sind in den letzten Jahren in Horizon 5, macht es auch Sinn, dass man das dann einfach mal nachschreibt, weil die letzten Duelle oder die letzten Head-to-Head-Folgen sind halt wirklich mit Horizon 4 passiert und da sind natürlich die ganzen Duelle sehr veraltet. Also da freue ich mich drauf und ich glaube, ihr vielleicht auch. Dann wird es so sein, Quartett hatten wir zuletzt erst mal wieder. Auch das soll jetzt wieder öfters kommen. Da gibt es auch Ideen, wie wir das umsetzen können, um da auch eine gute Abwechslung reinzubringen. Da lasst euch einfach mal überraschen. Natürlich CVR-Wheelspin wird es weiterhin geben. Auch bei Wheelspin haben wir die Idee gehabt, wir müssen ja nicht immer zwölf sein. Wheelspin funktioniert ja auch mit acht Leuten oder so. Also das sollte eigentlich kein Thema sein. Des Weiteren haben wir die Idee gehabt, auch wirklich eines der beliebtesten Formate, glaube ich, seit wir Multiplayer machen, in irgendeiner Form zurückzubringen. Ich kann noch nicht sagen, wann es damit losgeht, aber es wird auf jeden Fall noch passieren in Horizon 5. Das sind die PS-Clubs. Also die PS-Clubs wollen wir auf jeden Fall zurückbringen und wir gucken einfach mal, was wir machen können. Und dann eine Idee, die in den letzten Wochen entstanden ist, da habe ich euch ja auch gefragt in der Community, hättet ihr da Bock drauf, sogar vielleicht teilzunehmen, aber vor allem euch auch das anzuschauen, so eine Art in sich geschlossene Meisterschaft. Also im Sinne von, dass wir da sagen, wir fahren jetzt die Extreme E-Fahrzeuge und machen dann eine Folge mehrere Rennen, machen eine kleine Meisterschaft daraus oder eben jetzt mit den GTEs, GT3-Boliden, mit den Touring-Cars oder auch ganz andere Klassen. Also hättet ihr da Bock drauf? Andi hat ja dann sogar vorgeschlagen, man könnte da sogar ein großes Finale machen und eine Art Olympiade draus machen. Sprich, man fährt in jedem Rennen eine andere Fahrzeugklasse und muss dann quasi beweisen, dass man sowohl Offroad als auch aus Asphalt klarkommt oder sowas. Also da kann man auch was machen. Und auch da ist ja dann prinzipiell egal, wer mitmacht oder wie viel mitmacht. Natürlich je mehr, desto besser, aber auch da sind wir dann ein bisschen unabhängiger. Und ich glaube, das bringt ja auch nochmal ein bisschen eine Abwechslung rein. Und gerade jetzt mit EventLab gibt es ja viele Locations und Veranstaltungen, die cool sind. Und da lade ich eigentlich auch jeden EventLab-Ersteller hier in der Community dazu ein, wenn da jemand richtig geile Sachen macht, ja, dann meldet euch bei uns, ja. Also vielleicht auch sogar speziell für diese Formate was erstellen. Das wäre natürlich noch der Oberhammer, ja. Also würde ich absolut feiern. Und ich glaube, auch mit diesem Ansatz möchte ich auch gleich zum nächsten Punkt kommen. Was bedeutet das jetzt fürs Let's Play? Und ich habe es schon länger eigentlich mal angekündigt gehabt. Und jetzt steht es auf jeden Fall fest, dass es passieren wird. Ich will auf jeden Fall auch, und das muss man auch klar sagen, wenn auch aus wirtschaftlicher Sicht die Aufrufzahlen hier auf dem Kanal, was Forza Horizon 5 betrifft, sehr in den Keller gegangen sind. Also man muss sich eigentlich nur die letzten Forza Horizon 5 Videos angucken. Ja, jetzt halt einfach nicht mehr so geguckt und das kann ich auch keinem übel nehmen. Aber ich möchte trotzdem euch, also die Community, wieder mehr reinholen. Und das bedeutet, die Community-Formate kommen in voller Gänze wieder zurück. Also es heißt natürlich RTDS, das Streckentest-Format, kommt zurück. RTDT, was noch gar nicht gestartet ist, wird auf jeden Fall kommen. Und auch vor allem TWIFT, das Auto-Wunsch-Format, wo ihr eure Auto-Wünsche äußern könnt mit Wunsch-Tuning, wird zurückkommen. Und das sind auch so Dinge, die zwei Gründe haben, worum ich das möchte. Einerseits möchte ich, dass ihr wieder mehr aktiv teilhaben könnt an den Let's Play-Folgen, dass ihr auch das Gefühl habt, hey, ich trage dazu was bei, ich bin da Teil des Ganzen. Ich glaube, das hat so ein bisschen auch gefehlt vielleicht in den letzten Monaten oder Jahre vielleicht sogar auch schon. Und das ist auch eigentlich schade, dass das so ist und das will ich auf jeden Fall ändern. Und zum anderen ist es natürlich auch eine prima Generalprobe für ein, ja, künftiges Horizon 6, dass wir da vielleicht direkt mit vielleicht den Erkenntnissen, ja, aus diesen Sachen reinsteigen können in das Let's Play von Horizon 6, wenn es dann irgendwann mal kommt. Und das sind halt, ja, die Ideen, das sind natürlich jetzt in Anführungsstrichen Versprechen. Ich muss das natürlich auch leisten, jetzt da das einfach zu erzählen und dann nichts zu liefern. Das kann nicht sein. Das ist der Druck, den ich mir jetzt selber an der Stelle mache. Ich sage aber an der Stelle, das heißt jetzt nicht, es geht morgen damit los. Das wird jetzt noch ein paar Wochen dauern, bis es sich alles so sortiert. Aber das ist jetzt der Plan. Es wird auch, um da wieder auf den Multiplayer zurückzukommen, es wird auch wieder Einstellfahrten geben, damit ihr den Multiplayer-Folgen auch teilnehmen könnt, wenn ihr noch nicht Teil des Ganzen wart und aber jetzt es vielleicht noch werden möchtet. Vielleicht ist jetzt auch der Zeitpunkt besser denn je. Und deswegen, ja, nehmt da gerne teil. Und ansonsten bin ich jetzt raus an dieser Stelle. Und wie gesagt, ich bin gespannt, was ihr so zu dieser ganzen Thematik sagt. Und ja, lasst einfach eine geile Zeit haben, bis dann schlussendlich Horizon 6 dann kommt und angeteast wird. Und ihr wisst Bescheid, wenn es Informationen gibt, dann will ich die mit euch sofort teilen. Denn ich bin natürlich auch heiß drauf auf den nächsten Titel und genau diese, ja, Vor-Motivation auf den sechsten Ableger von Forza Horizon möchte ich einfach damit zelebrieren, indem wir einfach in Horizon 5 nochmal so richtig schön Gas geben werden. Denn ich denke, der Inhalt ist mittlerweile da richtig geil und die Updates, die da zurzeit kommen, sind auch richtig geil, als dass man da richtig viel Spaß eben bis zu einem sechsten Teil haben kann. Ich bin raus, macht's gut und bis dann. Ciao!